So Büros herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute testen wir ja mal von Funke die Kreckling Palms. Ist ein schöner neues Schisser. Ihr könnt auch sehen, 23 Euro das Ding kostet. NEM hat das gute Stück. 475 Gramm. Das ist schon richtig viel. So auf dem Video ist auf jeden Fall ganz geil aus. Und bin gespannt wie das Ding live rüberkommt. Und dann sehen wir uns gleich beim Test. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.